Hallo, hier ist wieder Johannes vom Customer Happiness Team von Clicktip und in diesem Video geht es darum, wie Sie den Drag-and-Drop-Builder von Leadpages mit Clicktip nutzen können. Ja, hier habe ich mal so ein Seiten-Template mit dem Drag-and-Drop-Builder von Leadpages und normalerweise also, wenn ich jetzt hier auf diesen Button klicke, dann kommt so ein Pop-up. Ich bin jetzt hier im Bearbeitungsmodus und ich kann dieses Pop-up jetzt editieren, indem ich hier draufklicke und dann sieht man erst mal hier, dass hier ein Anmeldeformular eingebaut ist. Das hat jetzt gar nichts mit Clicktip zu tun, sondern das ist eine Leadpage eigene Form, die ich hier über dieses Widget erzeugen kann. Und jetzt müsste ich es ja einfach hinbekommen, hier die Integration mit Clicktip zu realisieren und dafür klicke ich auf Edit Integrations. Ich sehe jetzt aber an dieser Stelle, dass das nicht so funktioniert und zwar hier kann ich nur Lead Notifications verknüpfen oder hier andere Integrations. Und wenn ich das komplett durchklicke, komme ich aber nicht zu einer Integration mit Clicktip und ich kann auch hier kein HTML einfügen und das wäre nämlich entsprechend wichtig. Das heißt also, hier in dieser Stelle müsste ich jetzt aufgeben und sagen, das funktioniert so nicht, aber es gibt eine andere Möglichkeit und die möchte ich Ihnen jetzt eben zeigen. Und zwar schließe ich das hier nochmal. Also das heißt, wir brauchen hier dieses Anmeldeformular gar nicht, sondern ich gehe wieder in die Widgets rein und nehme hier das HTML Widget. Und das ziehe ich hier mal direkt hier oben unter die Überschrift. Das heißt, ich kann das jetzt auch letztendlich schon rauslöschen hier. Und ja, jetzt gehe ich zunächst einmal zu Clicktip und hier lege ich jetzt erstmal ein benutzerdefiniertes Anmeldeformular an. Das heißt, ich würde dann dieses Anmeldeformular wählen. Ich habe aber jetzt schon eins angelegen, das auch schon ein bisschen designt. Das zeige ich Ihnen jetzt. Und zwar ist es dieses hier. So und das habe ich einfach schon mal farblich ein bisschen auf die Seite angepasst. Ich habe mich auch hier entschieden, das ohne Verlauf zu machen, weil es einfach vom Design her mal hier mal schauen. Also hier sind nirgendwo Verläufe drin. Da habe ich mich einfach für das Design ohne Verlauf entschieden und habe auch die Farben entsprechend übernommen. Da gibt es so eine Color Picker App für Mac oder aber auch für PC. Damit kann ich mir dann die Farben quasi aus der Website herausholen. Die habe ich hier angewendet. Und ja, jetzt sieht das soweit gut aus. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ich habe auch geschaut, wie ist hier ungefähr die Breite von dieser Überschrift. Ich wollte einfach gerne das Anmeldeformular in derselben Breite haben. Und dazu bin ich einfach hergegangen, habe das ungefähr erstmal geschätzt und bin dann auf eine Breite von 415 gekommen. Das heißt, ich kann hier also die Breite fest eingeben, muss das nicht hier oben mit den Pfeilen machen, sondern kann das hier fest eingeben. Ja, alles andere passt soweit. Dann gehe ich auf den Einbettungscode und dann nehme ich mir geschickterweise hier den iFrame Quellcode. Der andere würde auch funktionieren, aber der hat den Vorteil. Ich klicke einmal drauf, rechte Maustaste kopieren, dass ich auch da dann hinterher quasi in Leadpages selber noch die Breite bestimmen kann, wenn ich mich verschätzt habe, nämlich dass hier dieses Wid 415, das kann ich dann noch entsprechend einstellen. So, jetzt gehe ich wieder zu Leadpages, klicke hier einmal auf dieses Widget drauf und füge zunächst mein Code hier ein. So, jetzt würde der Code allerdings linksbündig erscheinen und ich möchte, dass er also mittig erscheint. Nicht der Code erscheint, sondern das Anmeldeformular erscheint linksbündig und ich möchte das gerne mittig haben. So ist es richtig. Und dazu wähle ich den Center-Befehl. Und diesen ganzen Befehl, den habe ich Ihnen auch schon mal unten in die Beschreibung gesetzt. Das heißt, Sie können einfach kopieren und dann entsprechend auch hier diesen iFrame Quellcode dazwischen einfügen. So, und das habe ich jetzt gemacht. Klicke hier einmal auf Save und jetzt gehe ich hier oben auf Preview. So, hier ist mein Preview. Wenn ich hier jetzt auf diesen Button klicke, dann erscheint hier dieses Pop-up-Fenster wunderbar mit dem farblich genau passenden Anmeldeformular. Und dieses Anmeldeformular ist jetzt direkt mit Klick-Tipp verknüpft. Das heißt, hier ist keine besondere Anpassung mehr in Leadpages notwendig, sondern das ist ein ganz normales benutzerdefiniertes Anmeldeformular, wie ich es auch normal auf einer WordPress-Seite oder sonst irgendwo einfügen könnte. Und das sieht auch sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, ich kann es farblich alles hier auf die Basisseite anpassen. Ja, ich hoffe, dass Ihnen dieser kleine Tipp hier hilfreich ist und dass Sie eben jetzt auch in Zukunft mit dem Drag-and-Drop-Bilder wieder schöne Anmeldeformulare in Ihre Pop-up-Fenster einbauen können. Wir sehen uns bald wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin dann alles Gute. Tschüss! Wenn Ihnen dieses Video hier geholfen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie uns dafür einen Daumen hoch bei YouTube schenken und damit das Video eben auch positiv bewerten. Und ich zeige Ihnen mal kurz, wie Sie das machen. Klicken Sie einfach hier unten unter dem Video auf den Daumen hoch und damit bewerten Sie unser Video positiv. Vielleicht schreiben Sie uns auch einen Kommentar in YouTube. Auch da zeige ich Ihnen mal eben, wie Sie das machen. Scrollen Sie einfach unter dem Video ein Stückchen runter und dann sehen Sie hier dieses Kommentarfeld und dort können Sie einfach dann Ihren Kommentar reinschreiben. Zum Beispiel. Und dann klicken Sie hier einfach auf diesen blauen Button Kommentieren. Wenn Sie in Sachen Klicktipp immer up-to-date bleiben möchten, dann empfehle ich Ihnen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Und der Vorteil für Sie besteht darin, dass Sie immer sofort per E-Mail informiert werden, wenn wir ein neues Video auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht haben. Und auch da zeige ich Ihnen einmal kurz, wie Sie das schnell machen können. Klicken Sie unter unserem Video einfach hier auf diesen roten Abonnieren-Button. Und schon haben Sie unseren YouTube-Kanal abonniert und werden immer mit den neuesten Informationen rund um Klicktipp automatisch versorgt. Wenn Sie über das Internet Kunden gewinnen möchten, also mehr über E-Mail-Marketing-Strategien erfahren und lernen wollen, wie Sie mit automatisierten Online-Marketing-Prozessen erfolgreich mehr Kunden für Ihr Unternehmen gewinnen und das auch noch hochgradig effektiv und einfach anwendbar, dann gebe ich Ihnen den Tipp, besuchen Sie einfach unsere kostenlose Online-Schulung. Denn dort offenbaren wir Ihnen, was wir in neun Jahren Online-Marketing gelernt haben. Klicken Sie dazu jetzt einfach auf www.klick-tipp.com und melden Sie sich zu unserem kostenlosen Webinar an. Klicken Sie dazu jetzt einfach auf www.klick-tipp.com